Teamstraße Krankenhausgelände Wieder wurden von den Bäumen oben die Ecken abgeschnitten, wodurch sie leicht durch Pilze angegriffen werden können und demnächst sterben dann. Untertitelung des ZDF, 2020 Neben der Teamstraße 64 wurden ganz viele Bäume wieder die Äste abgeschnitten. Teilweise sieht man die Folgen des letzten Verschnitts, wie zum Beispiel hier. Deswegen stirbt der schon. Warum man den erst abgeschnitten hat, den Dicken, keine Ahnung.